Hodens neuer Laden. Alles, was das jetzt begehrt. Naja, fast zumindest. Interessante Kundschaft und vieles mehr erwartet euch hier bei Hodens Laden. Um zu Hodens Laden zu gelangen, gehen sie einfach beim Spawn in Richtung Speedway. Und wenn dieser funktioniert, gelangen sie auf der rechten Seite zu dem neuen Warp-Gebiet Shop Town. So, und vom Spawn auf dem neuen Grundstück, Shop Town, geht's dann einfach nur hier gerade aus. Hier links wird's dann auch schon durch eine Abkürzung gehen, da geht's aber zum Klo. Wer dringend mal muss, kann da gerne noch kurz davor vorbeischauen, damit er dann bei meinem Shop genügend Zeit und Freiheit hat, um alles zu kaufen. Aber sonst geht's hier links gleich rein, bis hier nach hinten auf der rechten Seite, dann kaum zu verfehlen. Ich meine, so ein Prachtwerk kann einfach nur von mir sein. Ja, zur Erklärung noch kurz, wie das so aussieht vom Verlauf her, sag ich mal. Ähm, die Item Frames hier zum Beispiel auf der linken Seite zeigen alles an, was sich im oberen Stockwerk auf der linken Seite befindet zum Kaufen. Auf der rechten Seite alles, was oben auf der rechten Seite ist zum Kaufen. Der Diamant bezeichnet ganz oben geradeaus, hier auf der Rückseite ist eine Kohle, die bezeichnet quasi in diese Richtung oben geradeaus, sprich genau hier drüber. Wenn man jetzt halt hier drunten ist, gibt's natürlich auch hier unten was und das symbolisiert jeweils diese Seite, quasi auf der rechten Seite angeordnet, was hier zu kaufen ist und auf der linken Seite angeordnet, was es hier zu kaufen gibt. Ganz einfach auch angeordnet, also von links immer rübergehend, sprich so, einmal rundherum, auf der anderen Seite ist es genau spiegelverkehrt, sprich was oben links ist, was erstes und dann einmal rundherum. Hier ist es genauso übrigens. Also wenn man jetzt hoch geht, wird auf der linken Seite erst ein Emerald sein und auf der rechten Seite ein Netherwart. Können wir gerne mal nachschauen, hier sehen wir schon, Emerald, Netherwart und so dann eben rundherum. Ähm, ja. Preise sind, hoffe ich mal, relativ fair. Ich habe mich mit der Messe vorher schon mal kurz geschlossen, sozusagen. Sie meint auch, dürfte eigentlich nichts fehlen. Und soweit alles passen. Ähm, ihr müsst ja nichts kaufen, aber es würde mich freuen. Genau. Ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war jetzt nur ein kurzes Zwischenvideo. Eigentlich kommen ja am Wochenende immer nur Einsätze momentan. Aber eine kleine Ausnahme kann man da schon mal machen. Wenn die Shops leer sind, ich kann jetzt momentan natürlich nicht nachfüllen, aber das macht ja nichts. Ähm, am kommenden Wochenende wird dann wieder alles aufgefüllt. Genau. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Hodengriffscreme meldet sich ab. Bis dahin. Servus. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.